Das ist merkwürdig. Was, was? Ach, da... Und hier haben wir die Treppe. Die sahen mir aber auch gleich so suspekt aus, diese komischen Typen. Thomas, wir sollten uns aufteilen und diesen Ort erforschen. Ich bilde die Vorhut. Gut, dass der Vorhut gesagt hat. Äh, sag mal was, Digger. Hünge. Seine Drachen-Pokémon sind einfach zu stark. Ja, von wegen. Woher wusstest du von der geheimen Treppe, die in den unteren Stock... In die unteren... Woher wusstest du von der geheimen Treppe in die unteren Stockwerke? Ich hatte so... Ich finde diesen Pfeil da oben links... Ja, ja, geheimen Treppen steht da drauf. Gut, eigentlich, oder? Das wäre schon lustig. Ist das hier eigentlich ein Laden? Das ist doch keine Radiostation. Weil da ein Radio drinsteht, oder was? Ja, die Radiowellen kommen halt von hier. Kein Wunder, dass wir uns das auch nicht gemerkt haben. Rocket-Versteck. Oh, guck mal, wie es eine Billy-Catch da tun. Cool. Äh? Werden wir beobachtet, oder was? Was? Geht denn jetzt ab? Alarm! Alarm! Eindringling! Alarm! Eindringling! Alarm! So, jetzt... Wieder Team Rockets. Na gut, okay. Haben wir doch Fortschritt gemacht. Endlich mal Trainerkämpfe. Endlich mal Trainer. So Traumautotypen, das geht doch gut. Level 17. Von wegen, wir müssen grinden. Nee. Das sind alles Amateure. Wir wären jetzt einfach... Wir wären jetzt einfach so richtig schön arrogant mit unserem Team, bis wir so mega auf die Schnauze fallen. Ich glaube, das könnte jetzt... Also, beim Gyarados war ich eigentlich schon sicher, dass das passiert. Naja, weil wir jetzt auch... Guck mal, wir haben auf das Level 30er Pokémon verzichtet, weil wir lieber unsere nehmen. Ja. Also, das Level 30 gehört ja auch uns. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind tendenziell schon Level 30. Guck mal, hier. Zack. Level 27. Wir greiten jetzt erstmal Hausstein hoch. Hast du auch dieses komische Gefühl, dass gerade noch jemand da war? Was? Ich hab gerade so ein ganz komisches Gefühl. Da weiß ich überhaupt nicht, was du meinst. Jetzt hab ich nicht gelesen, was er... Aber wir können mal gucken. Welche Attacke soll er vergessen? Was kann er denn jetzt lernen? Felswurf. Was ist denn das? Fünf, zwei bis fünfmal. Nee, komm. Nee. Finde ich sehr gut, was die Reaktion... Nein, aber es ist... Ich kenn das doch. Dann ist es immer so maximal zweimal, während der Gegner dann fünf hat. Ja, ja, ja. Also, wahrscheinlich ist es nicht so. Aber psychologisch funktionieren die ja Attacken halt so. Du merkst sie halt immer nur, wenn es zweimal ist. Die Wurst kriegen wir... Hartner am Zubahn hochgezogen? Nicht so wirklich, wa? Gift, Flug... Doch, eigentlich schon. Ich hab jetzt vergessen, was er nämlich so hat. Hartner. Hartner als Surfer und... Oh, ja. Hartner. Oh, Level 19 und Level 20 könnte aber interessant werden. Blubstrahl auch. Obwohl, Blubstrahl könnte was machen, ne? Ja, ja, nur Lebensschuss geht daneben. Blub, blub, blub. Ja, doch, passt doch. Wenn die Initiative sinkt. Stauner. Ja, doch, das ist gut. Da können wir noch ein bisschen was machen jetzt. Ja. Ich hoffe, wir kriegen auch mal physische Attacken mit Hartner, weil der Angriffswert ist halt wirklich der Hammer. Falls wir irgendwie mal so eine Attacke kriegen wie Wasserschlag... Haben wir vielleicht irgendwie was in der Richtung schon? Ich hab jetzt sicher... Es kann sein, dass wir schon Sachen haben, die wem theoretisch beibringen. Ach komm, wir haben gleich noch mal. Dann gucken wir gleich noch mal. Da hat einer B jetzt noch. Ja, das meinte ich mit fünfmal Treffen. Ja, ja. Ja, aber das passt. Ja, zapp, zapp, zapp. Guck mal, dann ist er direkt bei 1. Ja. Vielleicht lernt er jetzt direkt was. Das wäre schön. Bämst. Wäre ein witziger Zufall. Ja, ja. Ah, siehst du, Angriff 56 ist halt echt gut und Verteidigung ist auch echt gut. Oh! Metallklaue. Oh, das klingt gut. Das klingt gar nicht so verkehrt. Eine Attacke vergessen. Ist das eine Stahlattacke dann? Ja. Tatsächlich. Oh, nice. Wie viel Angriff? 50. Na gut, okay. Äh, Klauenattacke, die eventuell den Angriffswert des Anwenders erhöht. Ach so. Je öfter man sie benutzt, desto stärker wird sie potenziell. Also kann man theoretisch gegen irgendwie Lebensschuss oder so. Ja, eine Bodenattacke brauchen wir nicht. Was hat denn Lebensschuss nochmal gemacht? Äh, Genauigkeit gesenkt, oder? Ja. Nee, Initiative. Initiative, nicht Genauigkeit. Ja, okay. Ja, komm. Vergessen. Ist auch besser, eine physische Attacke zu haben. Also ein Herr Erdner. Oh, mit Metallklau. Ich wollte gerade sagen, das klingt so ein bisschen so Shredder-mäßig. Ja, genau. Oder eben die Krabbe, die so ein Messer in der Hand hat. Ja, ja, ja. Das sind die besten Videos. Krabben sind tolle Dinge. Okay, cool. So, kommt der nächste. Kommt der nächste. Jetzt ist da wenigstrahl. Es gibt keinen, komm. Okay, das finde ich gerade ganz lustig. Wie schnell die auch gegangen sind. Ich weiß schon, bevor die würden so langsam gehen. So, Rocket Rüpel. Was hast du denn? Zubat. Ach, da können wir doch gleich mal Metallklau ausprobieren. Ich habe noch Level 16. Ist doch gut. Könnte eigentlich, ähm, mal an erste Stelle setzen, ne? Für das. Ja, schon. Wollen wir gleich mal dran denken. H. Erdner ist nicht verwirrt. Nein. Siehste. Siehste. Aua. Ja, doch. Krass. Doch. Das ist echt krass. Doch. Dafür, dass kein Volltreffer und nix war und nicht mehr effektiv war. Ja, ja, ja. Das war schon gut. Und vor allem 35, ey. Das ist, das ist, das ist, komm. Ja, dafür, dass es auch gar keinen so krassen Angriffswert hat. Aber dadurch, dass H. Erdners Angriffswert so hoch ist. Ich sehe, ich sehe da Potenzial, Tom. Ich sehe auch Potenzial. Ich sehe Potenzial. Vor allem können wir immer sagen, ey, fick dich. Ich herdne mich erstmal ein. Ja, genau. Und dann hau ich dir. Hilft aber nicht gegen Spezialattacken, ne? Ja, gut, das ist klar, aber bei bestimmten... Ja, hier doch jetzt auch einfach wieder Metallklau, oder? Ja, klar. Ja, klar. Oh, Superzahn. Könnte eigentlich gut schaden, ja. Aber, ja, ist noch verwirrt, wenn er sich jetzt nicht selber verletzt. Achso, nee, wir sind noch vom letzten Mal verwirrt. Ja, ja. So, mal gucken. Level 18 könnte gut funktionieren. Ja, fast. Ich würde ihn mal kurz... Ja, ja, ja. Supertrank und dann ist gut. No. Ja, das ist schön anzusehen. Und im besten Fall kriegen wir ihn jetzt hier hoch. Ihr müsst euch das halt auch immer bildlich vorstellen, wie diese Krabbe, so seitwärts, wie halt Krabben laufen, zum Gegner geht und die so richtig zerdrückt mit ihren Klauen. Zerschlitzt. Ja. Also, zum Schluss fällt hier der Kopf ab von Radfranz. Ich... Ja. Wie es nicht einmal verwirrt ist. Guck mal, was für ein gutes Pokémon. Ich weiß, das ist nur Glück, aber eigentlich ist es Glück. Nein, nein, das ist auch können. So, mal 219. Schleimer. Schleimer. Kein Problem. Weiter mit Teiglaue. Ich weiß gar nicht, ist es Stahleffektiv gegen Gift? Keine Ahnung. So, nicht mal verwirrt. So, jetzt guck nämlich. Ratz, ratz. Ich finde Sprite von Slime auch super. Aber 17 kommt da... Nee, okay. Das ist halt nicht viel gemacht. Oh! Setz Herdner ein. Das Spiel können zwei Leute spielen. Aber ich glaube, wir machen einfach weiter, oder? Ja. Ich würde jetzt hier gar nicht... Vielleicht haben wir mal einen Volltreffer. Leider ist es bisher noch nicht so wirklich passiert, dass wirklich mal der Angriff erhöht wurde, ne? Nee, stimmt. Das stand ja nur eventuell da. Das scheint relativ selten zu passieren. Das... Oh! Oh nein, Metallklaue. Naja. Wurde blockiert. Warum halb Blubstrahl? Ich weiß aber nicht, ob Aussätze jetzt beim nächsten Pokémon... Ich glaube, das war es aber schon. Das ist das letzte. Ich glaube, wir müssen einmal auswechseln. Ach so, das ist das letzte. Ja, guck, nee, dann hat es sich ja eh... So. Dann hätte es sich ja eh erledigt. Das war... Also, ja. Ja, Herdpunkt Erdner. Solange du nicht den geheimen Schalter... Da habe ich nicht mitgelesen. Schön, Mats. Irgendwas mit geheimen Schalter betätigst. Ach so. Ach, jetzt ist es auch nicht mehr los. Ihre Augen leuchtet nicht mehr. Ah, okay, verstehe. Dann müssen wir heilen? Nee, gerade noch. Ja, du wolltest mal an... Ich wollte es an erster Stelle setzen. Genau. Dann läuft es auch hinter uns her. Ich fühle mich sehr sicher, wenn H. Erdner neben mir läuft. Ja, aber aus vielen Gründen. Guck mal, was ist das seitwärts? Äh? Ja. H. Erdner hat wohl ein verdächtiges Geräusch aufgeschnappt. Oh, ich möchte jetzt gerne so ein Ace Attorney spielen, wo so eine Krabbe einfach eine Rolle spielt. Gehen wir erst nach links oder gehen wir erst nach unten? Nach unten. Das ist, glaube ich, der Seitenraum hier. Ich möchte jetzt eigentlich schon kämpfen. Ne, hier geht es ja doch schon sehr viel weiter. Ne, dann gehen wir erst nach unten. Aber das scheint eine Sackgasse zu sein, oder? Ja, guck mal erstmal hier. Müssen wir aber scheiß sowieso hin. Gott, die Musik. Sieh mal, ein geheimer Schalter. Das rote Lämpchen läuft. Den Fall dachte ich. Schalter betätigen? Schuhe. Aber mache ich dann die ganzen Dinger aus und dann wird nicht mehr gekämpft? Ach so, das weiß ich nicht. Du hast es ja nicht zu Ende gelesen. Vielleicht müssen wir auch eine Tür aufmachen dadurch. Dies war einmal ein Ninja-Versteck. Es gibt viele Fallen, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Da ist ja auch die Ninja-Stadt. Ich möchte schon gerne eigentlich jetzt so viel kämpfen, wie geht. Ja, ja, kann ich verstehen. Oh. Aber ich habe halt die Befügtung, dass wir dann nochmal hier zurückkennen müssen. Na gut, so weit ist es ja nicht. Da werden wir, glaube ich, nicht so weit kommen, wa? Ja, er ist eigentlich sogar effektiv gegen dich. Ja, geht gut los. Okay. Oh. Jetzt ist er sowieso paralysiert. Naja. Aber hier ist... Können wir jetzt Herakles gut einsetzen? Ja, ja, ja. Gut, dass wir ihn nicht ausgetauscht haben. Der braucht nämlich auch mal ein paar Level. Herakles hat auch guten physischen Angriff. Als Kampf-Pokémon, logischerweise. So, da sehe ich doch aber schon Probleme auf. Das machen erstaunlich viele Gegner hier, dieses Verwirr. Aber Fußgekirchen. Ich glaube, Fußgekirchen hängt von der Größe des Gegners an. Ah, stimmt. Das war die Geschichte. Aber, aber, aber... Er ist halt kein H. Erdner. Ja, stimmt. Och nö. Komm, jetzt mach doch nicht sowas. Er verwirrt sein, ist scheiße. Chang. Ja, sehr gut. Okay. Hat es dann aber auch schnell erledigt. Oh ja, stimmt. Das war die spezielle Geschichte. Redemption für Hierakles. Da machen wir mal weiterkämpfen und ich würde Trank geben oder so. Genau, Trank geben. Ja, Level 20 sollten wir wieder eigentlich kriegen. Das war ja noch nicht mal... Es ist ein One-Hit, ja. Also Karate-Schlag ist ein One-Hit. Das war kein Vortreffer, soweit ich weiß. Aber es hat verwirrt. Es ist noch verwirrt. Und ja, er ist, glaube ich, zuerst dran. Deswegen, ein bisschen Vorsicht ist nicht verkehrt, Max. Grundsätzlich auch im Leben. Um mal so eine kleine Weisheit. Man soll ja auch was lernen, wenn man das hier guckt. Und nicht nur frustriert sein, weil wir nicht leveln. Das ist unsere Vorstellung von euch Zuschauern. Wie ihr alle frustriert seid. Und nur noch aus Trotz zuguckt. Um dann irgendwann schreiben zu können. Ich hab's euch doch gleich gesagt. Ich hab's doch schon da gesagt. Ach Mann, das ist aber auch schon ein bisschen anstrengend. Jetzt sind wir auch noch paralysiert. Das ist gerade sehr gut. Es gibt halt... Wir müssen durch zwei... Ja. Und jetzt ist er... Ja, gleich hin. Nicht mehr verwirrt. Okay, gut. Ja, siehst du, wie erfolgreich Statusveränderungen dich blocken können? Das ist schon krass. So. Echt gut, IPD nachzuleveln. Ist nicht so schwierig. Ne, 25. Ja, Angriff ist auch gut. Ah, Angriff ist gut. Überwurf. Ist das so ein Judo-Ding, oder was? Äh, muss nochmal checken, weiß ich jetzt gar nicht. Ich kenn auch Geowurf. Anwender greift als Zweiter an, hat dafür aber eine Treffergarantie beim eigenen Angriff. Äh. Also ich treff... Du triffst hundertprozentig, aber wirst dafür nur als Zweiter. Also selbst wenn ich als Erster wäre, aber wenn ich sowieso als Zweiter wäre... Na, dann geht's halt nicht daneben. Aber ich glaub, die anderen Attacken machen alle mehr Schaden. Wollte grad sagen, weil sie sind... Und haben jetzt keine hohe Chance... Ja, Genauigkeit 100. Genauigkeit 100. Ja, ist... Genau. Ist alles nicht so... Ne, dann lassen wir das mal. Nicht lernen. Klingt für mich jetzt nicht wie so mega wertvoll. Zumindest nicht mit den Attacken, die wir sowieso schon... Oh, mit ihm jetzt noch weitermachen. Ich würd schon gerne... Du willst das Letzte rausholen? Ja, ich überlege es, aber der greift auf jeden Fall zuerst an, ne? Ja. Gerade weil du paralysiert bist. Wahrscheinlich macht er Superscheid. Ja, ich fürchte auch, aber... Er ist auch paralysiert und alles. Ja, das ist... Es wird wahrscheinlich ein bisschen Abschrank sein. Es sei denn, wir haben mal Glück. Max will halt Herakles nehmen. Ja, ich will so. So, ja, Ultraschrank. 20 Schlagen. So, und jetzt durch... Muss ja nur der eine Schlag durchkommen. Eine Handkante. Ach so, komm, nochmal Überscheid. Natürlich. Jetzt müssen wir wieder durch den Paralysepass und durch den Verwirrtpass. Schon an erster Stelle gescheitert. Ja, schade. Komm, einmal probieren wir es noch. Oh Gott. Ach so, ich glaube, der ist tot. Nee, er paralysiert sollte. Ja, schade. Okay, gut. Nee, nee, nee. Nee, 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 zu viel gewollt. Schade. Zu viel gewollt, Mats. Ist Stahl gut gegen Stein? Ja, wahrscheinlich... Oh, eine Kallialkapf-Attacke, oder? Hausstein kann noch... Ja, genau. Sonnig. Einmal reingekommen. Platsch. Fast. Mein Hausstein ist ja auch schon lange dabei. Ist das für dich so ein festes Teammitglied? Ich mag Schaufler und... Ja, ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Den würde ich... Mein, klar, ist jetzt nicht so spannend, weil wir den auch schon länger dabei haben. Also, ne? War schon ja vorher. Er hat noch eine Entwicklung, aber die hängt von Tausch ab. Ach so, okay. Haben wir keine Belieber? Doch, wir haben noch Belieber gekauft. Ja, da sind sie. Da waren sie gerade. Genau. Die Musik. Gleich noch einen Trank geben. Ja, schon. Da waren sie auch gerade. Ich bin... Dieses Menü irritiert mich immer wieder. Die Supertränke, ne? So. Und vielleicht ein Parallel bei H.erdner. Da bin ich da. Links oben. Da sind sie da. Und dann können wir hier weitermachen. Bist du sicher, dass du den Knopf nicht drücken willst, Mats? Ja, man soll ihn wahrscheinlich drücken. Ich weiß aber wirklich nicht, was man. Wir können auch einfach mal gucken. Ich würde ja gerne da durchgehen. Der PC auf meinem Schreibtisch ist der Auslöser für unsere Snoopy. Ach, okay. Ah, es ist die Alarmerlage. Verstanden? Lass die Finger davon. Denk nicht mal da. Also, wenn wir die deaktivieren, kämpfen wir weniger. Ja, aber ich möchte jetzt eigentlich gehen. Nee, dann lass sie an. Apropos. Ich wollte gerade noch mal gucken. Sind die mit irgendwas... H.erdner hat er irgendein Item? Irgendwas, was man vielleicht mal machen könnte. Hat er schon eins? Ich glaube nicht. Die sind, glaube ich, ganz am Anfang, die Items. Genau, hier sowas mit Mini-Pilz. Was macht ein Mini-Pilz? Ein kleiner kleiner Pils? Nee, das ist nur zum Verkaufen, glaube ich. Hier sind die Sachen. Giftstich. Und senkt die Geschwindigkeit des Trägers. Das wollen wir nicht. Schmaler, giftiger Wiederhaken. Das ist ein Gift. Bringt uns jetzt auch nix. Dieser harte Panzer ermöglicht den Austausch des Trägers gegen ein wartendes Pokémon. Hä? Achso. Was haben wir hier noch? Wirklich. Nix? Das war's, glaube ich. Für so Mini-Pilz. Bei Glas halt. Spezialangriff, nur eine Attackenart. Was ist denn die... Na, obwohl das müssten ja die Geber-Items sein. Achso, die... Ich dachte jetzt dann irgendwie so... Nee, dann lasse ich die jetzt mal an. Und kämpfe, ja. Und kämpfe halt mehr. Das ist dann quasi wie so eine Art... Guck mal, wenn ich jetzt hier nochmal rangehen würde, würden auch wieder welche kommen, wa? Da warst du ja noch nicht. Hier rechts. Sicher? Ja, oben sind wir dann gegangen. Also du kannst da mal... Achso, ja, okay. Dann machen wir das mal. Ja. Deswegen kommen die auch immer so angedüdelt. Ja, weil es halt wirklich ein Alarm ist. Ja. Ich frage mich, ob es jetzt wirklich immer zwei sind. Und das werden wir gleich sehen. Und ob sie immer dieselben Dinge haben. Ist das jetzt so eine Art... Ist das eine Kombination aus Grinding und, äh, ne? Ja. Aber Traumate haben wir übrigens beim letzten Mal auch. Ja. Kann sein, dass einfach immer die zwei gleichen Trainer sind. Aber dann werden die halt immer gleich weggeburstet. Ja, werden immer mehr weggeburstet, weil im besten Fall jetzt... Na ja. Und auch. Kack. Das kann verwirren. Muss aber nicht. Ah, sehr gut. So, damit haben wir Nummer eins. Ja, nice. Und das sollte direkt ein Level geben. Einzel? Ja. Ha! Ich war so sicher. Ja, ja, ja. Nein, ich wechsle. Er wird nie wieder gewechselt. Knapper kann es nicht sein. Ein Pixel breit. Ich war sehr zuversichtlich. Ja, Pokémon ist dann manchmal ein bisschen gemein. Superschal. Da habt ihr wieder die Kacke. Aber Härtner war bisher, ähm, sehr zuverlässig. Ach, schade. Jinxed. Komm schon. Komm, das schaffen wir. Das schaffen wir jetzt. Das schaffst du. Du kommst durch. Du kommst durch. Du kommst durch. Ach, shit. Dein Glaube in allen Ehren. Jetzt ist es wahrscheinlich tot. Nee, das könnte ganz knapp passen. Ja. Wow. New it. Okay. Quats, ähm, du beläst mich eines Besseren. Ja. Man muss Vertrauen in seine Pokémon haben. Nur in Erdner. Man muss Vertrauen in sein Pokémon haben. Ja, das stimmt. Alle anderen. Singular. Was für eine andere Serie Pokémon wäre, wenn statt Pikachu so ein Krabbi auf der Schulter von Ash die ganze Zeit wäre. Das fühlt sich auch bestimmt nicht gut an. Och Mann, jetzt komm, es ist doch jetzt nicht dein Ernst hier. Die nervigste Statusveränderung. So, jetzt zack, Bums, hier auseinandergefräst. Sehr gut. Ich glaube, jetzt gibt es ein Level Up, Max. Das ist zuversichtlich, aber ich hoffe, du hast recht. Yes. Na gut. Wusste ich doch. Level 22. Du kennst mich einfach aus mit dem Film. Ja. Das muss man sagen. Ich weiß gar nicht, was die Leute immer haben. So. Wenn jetzt noch einer kommt. Kommt direkt mal einer. Okay. Das könnte ein bisschen nervig sein jetzt, aber ich bin gerade sehr Fan davon jetzt auf diese Art und Weise. Weil wir machen Progress. Zwar sehr langsam. Aber Level dabei. Ja, ich glaube, der hat wirklich seine... Hatte der beim letzten Mal drei Zubats? Ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall hat er der Zubats. Und Level 16 kriegen wir mit einem Mal weg. Sicher? Oh, fast. Oh, es hat mal der Angriff. Also... Passiert also doch. Ja, aber irgendwie so einmal von zehn. Ein von zehn, ne? Ja, sowas. So zehn Prozent Chance würde ich jetzt auch schätzen. Aber naja. Aber er bleibt ja drin jetzt in dem Kampf. Das heißt, er wird jetzt auch dauerhaft stärker. Sehr gut. Das bleibt, bis man das Pokémon austauscht. Ach, stimmt. Ein Radfratz hatte der. Das ist okay. Bei meinen Spielen des Jahres überlege ich immer noch die ganze Zeit so halb. Pokémon, let's go. Es würde... Also, wenn ich jetzt so eine Top-10-Liste hätte, würde es, glaube ich, reinkommen. Also, weil es mir doch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber es hat... Es war halt jetzt nichts sensationell Besonderes, weißt du? So, es war halt... Ja, ich glaube, das ist bei mir auch der Grund, weshalb es bei mir nicht in die Top-15 gekommen ist. Weil ich habe ja eine Top-15 gemacht und da war es jetzt auch nicht drin. Aber es wäre in einer Top-20 drin. Ja. Weißt du? Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also, wirklich sehr viel. Ich könnte es... Wahrscheinlich könnte ich es auch in die Top-15 nehmen. Vielleicht ist es sogar so ein Ding, wo ich irgendwie in zwei Wochen schon wieder eine andere Liste hätte, eine andere Reihenfolge. Bei mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch gerade mit Travis Strikes Back. mehr Spaß, als ich eigentlich haben würde. Meinst du Travis Strikes Back, die Visual Novel in Travis Strikes Again? Es ist alles sehr verwirrend, das gesamte Leben. Spiel ich auch gerade. Es ist spielerisch so... Er ist ein bisschen hohl, aber irgendwie auch... Aber es ist so schön weird. Ich bin halt immer wieder so ein bisschen so an die Nier und Rackengard Richtung erinnert. Einfach so aus dem... Ja, ja, ja. Wenn man so denkt, ja, okay, da steckt ganz viel drin irgendwie. Ja. Aber offensichtlich hatten sie weder die Zeit, vielleicht auch keine Lust, um da irgendwie anspruchsvolles oder abwechslungsreiches Gameplay reinzupacken. Ja, was Robin meint, ist, dass die Level vor allem zu lang werden. Ja, ja, ja. Und das kann ich jetzt schon am Anfang ganz gut nachvollziehen. Wo bist du? Ich bin jetzt in dieser zweiten Welt, wo man so die Straßenteile aus... Hast du das auch... Weil ich hatte das unterwegs gespielt und bin in diese Welt reingekommen. Also für alle, die es nicht wissen, es sieht halt so ein bisschen so... Das ist so eine Top-Down-Perspektive. So ein bisschen wie ein verrücktes Labyrinth eigentlich. Ja. Also man verschiebt halt da so... Die Kamera subbt so raus und Travis ist einfach weg, wenn ihr das auf dem Hattet spielt. Travis ist super winzig, ja. Das ist selbst, wenn man es auf dem Fernseher spielt, ist es schon schwierig. Also nur in dem einen Level, ne? Ja, ja, genau. Aber, naja, aber das Level ist relativ lang. Da gibt es eigentlich acht Stages. Und man wechselt dann halt immer wieder mal, aber jedes Mal, wenn man so rauskommt... Ja, spiele ich auch eher auf dem Fernseher. Aber ich habe so Bock drauf gehabt, dass ich mir tatsächlich dann No More Heroes auf der Wii jetzt gekauft habe. Ich hatte auch überlegt, ob ich das mal nachhole, aber ich glaube, ich würde eher die PS3-Version spielen. Ich habe schon Bock auf das Wigglen, weil dafür war es halt gedacht und dafür war es gemacht. Und ich glaube, dass es dann immer auf der PlayStation 3 was verliert. Also es ist nicht die Original-Erfahrung, die gewünscht war. Und deswegen würde ich eher auf der Wii tatsächlich spielen. Ja, aber dafür ist es in HD und unzensiert. Das ist ein gutes Argument. Aber nee, ich habe gar nicht die Zinsiert. Es gab eine unzensierte, ich habe die aus England tatsächlich, die ist nicht zensiert. Ist die nicht zensiert? Nee, nee. Ist die sicher? Nicht ganz, aber ich meine, die ist nicht zensiert. Ich denke, das war unabhängig von... Weil da ist auch kein FSK-Logo drauf. Nee, ich bin der Meinung, das war nicht Deutschland-Zensur, sondern Wii-Zensur. Achso, ja, das kann sein. Wo Nintendo meinte, ey, hallo. Aber sicher will ich mir auch nicht zu lange hier. Weil ich spiele es ja auch schon etwas älter. Ja. Damit hätte sich halt das Argument, ich möchte es im ursprünglichen gewünschten Zustand spielen, schon so ein bisschen... Ja, aber die meisten Leute haben es auf der Wii gespielt. Aber ich hatte da auch mal Interesse dran, dass Doc noch mal irgendwie nachts war. Ich glaube, wir haben sogar... Weiß ich gar nicht, kann sein, dass die PS3-Version hier im Büro rumliegt gerade. Paradise hieß es ja dann. No More Heroes Paradise. Der zweite war dann aber... Der wurde nicht portiert und ich glaube, der war auch nicht so gut, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ich meine, da gab es... Also im Vergleich zum ersten, den hat er nicht erreicht. Ich möchte mich irgendwie an Kritiken erinnern, die meinten, na, schade. Aber Killer is Dead haben wir ja zusammen durchgespielt, ne? Bei Time 2, 3. Also Robin hat es gespielt, aber... Killer is Dead? Wir waren dabei. Killer is Dead? War echt, ja? Auch ein Grasshopper-Spiel. Was war denn Killer is Dead noch mal? Na, was auch so sehr diesen Killer-7-artigen Cell-Shading-Look hat. Ach so, aber das war relativ kurz, ne? Das ist ein relativ kurzes Spiel, aber auch sehr crazy. Wo man am Ende auf dem... Also, Spoiler. Wo man am Ende auf dem Mond ist. Wie richtig, ja, ja. Doch, 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 doch. Hast du übrigens mal diese angepassten Verkaufszahlen von der Switch gesehen? Die aktuellen? Ja, ja. Die sind nicht schlecht. Ja, das ist einfach, wenn man das so... Das ist mega krass. Wenn man so die Lebenszeit der Switch sich anguckt, verglichen mit der Lebenszeit von der PS4 oder der Xbox One, hat es sich halt sogar besser als die PS4 verkauft momentan. Also... Und die PS4 verkauft sich ja gerade noch wirklich ganz gut. Die Switch ist gerade auf dem Weg, was wirklich, wirklich Großes zu werden. Also, sie ist schon was richtig Großes, aber es wird halt immer größer. Es gibt halt immer noch so... Also, ich habe immer so das Gefühl, dass das... Aber das hängt, glaube ich, ganz krass davon ab, wo man so auf welchen Seiten unterwegs ist. Weil so dieser typische Fanboy-Bash-Blödsinn mit Sony ist doch viel besser. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, ah, Microsoft und so. Ja, das ist dumm. Handy-Part. Und sagen... Ja, also Fakten. Rein faktisch, was die Verkaufs dann angekündigt ist. Ich habe das Gefühl, alles kommt auf die Switch immer mehr. Ja, ja. Weil jeder das sofort... Das ist einer der ersten Kommentare, die du unter einer neuen Spielankündigung liest. Wenn sie noch nicht für die Switch angekündigt wurde, ist, wann gibt es das für die Switch? Selbst das beim neuen Alien... Im Robert-Spiel. Ja, ja. Da gibt es ja durchaus Überlegungen. Sie sagen, ja, wenn wir es porten würden, dann auf jeden Fall nur erst mal auf die Switch. Ach so. Und unter dem letzten Trailer war auch so, ja, looks kind of interesting. Punkt, 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 Switch, maybe. Aber, ja, es gibt aber auch tatsächlich viel Schrott im Store. Muss man jetzt auch mal ganz neutral sagen. Das gibt es, ja. Also auch viel Handy-Ports. Smartphone-Ports. Ja. Mobile-Ports, sagt man, glaube ich. Der Store wurde sehr schnell sehr voll. Andererseits sind auch viele von diesen Smartphone-Spielen, die man einfach verpasst hat, weil sie dann eben, äh, weil sie für Tablets oder sowas waren. Zumindest mir geht's so. Ähm, die hole ich dann jetzt öfter mal nach. Und das ist auch eine schöne Sache. Wir haben nur noch achtmal Metallklau. Wir haben es jetzt schon so oft benutzt. Ach, komm schon. Oh, jetzt ist es wieder geblockt. Naja, ist wie beim letzten Mal. Ja. Weird. Wiederholt sich exakt. Oh, nee, nicht ganz. Komm schon. Das macht jetzt keinen Blödsinn. Weil er hier unsere Genauigkeit senkt. Macht Surfer. Surfer hat eine gute Trefferrate. Das ist ja annoying, liebe Slimer. Ja. Das ist ein bisschen überflüssig jetzt, was du hier machst. Hot damn. Vielleicht auswechseln? Ja, wer macht der? Also einmal probiere ich noch. Okay. Obwohl jetzt ist er nochmal gesenkt, äh. Jetzt hast du so eine Trefferchance von irgendwie zehn Prozent oder so. Na gut. Ich glaube, das ist einfacher jetzt einfach zu sagen, ja, komm, Hausstein. Heu ihn weg. Mach es kaputt. Mach es gut. Nur noch ein bisschen. Ach, jetzt geht es auch sofort wieder daneben. Sehr effektiv. Ja, hat man gesehen, ne? Ist aber auch zehn Level unter dir. Äh. Der Stärke oder sowas reicht schon. Ach. Oh nein, Komprimator macht auch, dass es schwerer zu treffen ist. Was soll das? Yes. Okay. Das ging gerade nochmal gut. Ja, schon. Wie unnötig. Ja, wirklich. Der Rocketrübel. Ich finde, der steht immer so da, als ob noch jemand neben ihm stehen muss. Ja, eigentlich ja. Das ist so eine Pose. Ja. So, jetzt ist die Frage, ob wir mal ins... Ach nee, haben wir nicht eine AP-Auffrischdings da? Die, ähm, also bestimmt ein Äther oder so? Äther. Wo müssen wir eigentlich Tränke auch nochmal kaufen, wa? Ja, es frisst sich ja ein bisschen durch unsere Ressourcen, aber wir kriegen ja auch die ganze Zeit mehr Geld. Ja. Äh, Äther haben wir nur eins? Um zehn. Naja, gut, dann können wir mal ein bisschen weitermachen. Aber dann müssen wir auf jeden Fall mal in, äh, einen Shop, beziehungsweise ins Pokémon Center, genau. Genau, ja. So, dann gucken wir aber nochmal eine... Ach, guck hier, ich meine, was? Nugget. Na, siehste. Das sind 5000, oder? Ja, das ist auch nicht schlecht. Oh, ein Teleporter. So, wir machen mit. Ich hoffe, dass einfach wieder ein Anfang zu... Das wäre sehr lustig. Das wäre sehr lustig.